Was ist da los im Werk Grünheide, wird sich Elon Musk in den vergangenen Wochen des Öfteren gefragt haben. Bürgerbefragungen, besetzte Wälder, Anschläge auf die Stromversorgung. Am Mittwoch nun war der Tesla-Chef selbst vor Ort, um Mitarbeitende zu treffen und sich ein Bild der Lage zu machen. Empfangen wurde der Milliardär wie ein Rockstar. Musks Besuch fällt mit der Wiederaufnahme der Produktion in der sogenannten Gigafactory zusammen. Ein Brandanschlag auf einen nahegelegenen Strommast hatte zu einem tagelangen Stromausfall in der Fabrik geführt. Erst am Montag war die Versorgung wiederhergestellt. Die Bundesanwaltschaft hatte die Ermittlungen zu dem mutmaßlich linksextremistischen Anschlag übernommen.